Musik Ein 10 Meter hoher, wunderschön, weihnachtlich glänzend geschmückter Indoor-Christbaum. Wo hat der in Vöcklerbrock Platz? Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Varena TV. Der Advent ist ins Land gezogen und inzwischen gibt es in der Varena auch den großen Varena Weihnachtsmarkt mit außergewöhnlichen Geschenkartikeln und Dekorationsideen. Hier gibt es vieles zu finden, vieles zum Schmökern und noch viel mehr zum Mit-nach-Hause-Nemen. Wir präsentieren Ihnen in dieser Ausgabe von Varena TV Geschenksideen für Weihnachten und wer meint, Bücher wären ein langweiliges Geschenk, dem kann ich nur sagen, er irrt ganz gewaltig. Bei Thalia wird die Wahl des richtigen Geschenks zur Abenteuerreise in die vielfältige Welt der Bücher. Ich habe hier aus unserer bunten Vielfalt ein Buch für Sie gefunden und zwar für alle Michael-Köhl-Meyer-Fans. Das Sonntagskind, das ist eine Sammlung von Sagen und Märchen aus Österreich, vom Burgenland bis nach Vorarlberg. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine geschichtenreiche Adventszeit. Geschichten für Jung und Alt, alles rund ums Lesen oder vorweihnachtliche Geschenksideen, das bietet die Thalia-Welt. Einfach die schönsten Geschenke für Weihnachten. Der Advent in der Varena ist vor allem eines bunt und das Programm hat alles zu bieten, was zu einem richtigen Advent einfach dazugehört. Am 6. Dezember kommt zum Beispiel der Nikolaus und dann um 17 Uhr wieder gleich vom Krampus abgelöst. Am 7. Dezember ist Kindermittwoch mit Kasperl und der Nikolaus um 15 Uhr und um 16.30 Uhr auf der Varena Plaza. Ja und liebe Väter, während die Kinder dann vielleicht beim Kasperl sitzen, sei Ihnen gesagt, es ist nicht nur schön, wenn es am Christbaum glänzt, es ist auch schön, wenn es drunter glänzt. Und mit drunter ist in diesem Fall unter dem Christbaum gemeint, denn seit kurzem funkelt, glänzt und glitzert es in der Varena bei Kristall, dem Swarovski-Experten. Wir haben uns auf Swarovski spezialisiert. Swarovski hat eine sehr schöne Auswahl an Schmuck, Kristallen, Figuren. Wir haben auch eine große Auswahl an Swarovski-Jumps, die immer wieder ein Thema sind für Ketten, Anhänger, wo man immer wieder was dazu sammeln kann. Beschenken Sie Ihre Lieben mit Stil und Brillanz und feiern Sie ein funkelndes Fest. Das eigentlich Schönste am Advent, neben den vielen Lichtern natürlich, ist auch, wenn das ganze Haus nach Keksen duftet. Das wird hier in der Varena der Fall sein, nämlich am 25. November und am 2. und 8. Dezember. Hier werden Kekse gebacken und zwar von euch Kindern, wenn ihr mitmachen möchtet. Und Papa und Mama, die sollen inzwischen schauen, ob nicht unter dem Christbaum auch so ein schöner großer neuer Fernseherplatz hätte. Und davon gibt es eine riesige Auswahl beim Mediamarkt. Hier steht Weihnachten ganz im Zeichen der neuen stylischen Flatscreens. Fernseher ist eigentlich nicht mehr nur zum Fernsehen da, sondern ein Fernseher, der ist viel mehr, der kann Internet zum Beispiel. Es gibt hierzu auch eine Fernbedienung, die auf einer Seite eine normale Fernbedienung ist und auf der anderen Seite direkt das Eingabefeld mit einer Gewerztastatur. Natürlich können die Fernseher auch alle 3D, also 3D-Filme wiedergeben und das ist eigentlich einer der größten Trends. Wählen Sie beim Mediamarkt aus 360 verschiedenen Modellen Ihren Weihnachtsfernseher ab. Es gehört so viel dazu zu einem schönen Weihnachtsfest und alles was Sie brauchen finden Sie hier in der Varena. Christbäume gibt es draußen auf dem Varena Parkdeck, Weihnachtsgeschenksverpackung gibt es auf der Varena Plaza. Ja und rundherum, da finden Sie alle nötigen Weihnachtsgeschenke und sogar die richtige Dekoration. Ins Winterwunderland tauchen Sie ein, wenn Sie zur Depot kommen. Hier gibt es alles, was man braucht, um sein Zuhause in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Wir haben von der obligatorischen Christbaumkugel zu der Christmesskugel, das ist das amerikanische, der amerikanische Stil. Dann haben wir natürlich auch das Traditionelle im Haus wieder. Ja, es kommt natürlich jetzt nächste Woche ein wunderschönes Thema. Das ist die Geschenkewelt, da sind Geschenke dabei für groß, für klein, also alles bunt gemischt. Dekorideen im Shop zeigen, wie schön Dekoration sein kann, damit Ihr Zuhause zu Weihnachten einfach wirkt. So, das waren die ersten Varena Geschenksideen, die wir Ihnen dieses Jahr in Varena TV präsentieren. Viele, viele mehr gibt es hier in der Varena, denn bis 24. Dezember heißt es hier bunter Advent in der Varena. Schauen Sie vorbei, schöne Woche. Okay.